Elektro mit C-Sport.de Hallo liebe Elektro-Sportfreunde, heute mal ein kurzes Statement zum Ninebot P. Das Ninebot P wurde ja vergangenes Jahr schon angekündigt und verzögert sich immer mehr. Es ist in einigen Online-Shops bestellbar, aber dann auch wieder nicht. In England mag es irgendwie aufgetaucht sein und ja, kurz vor dem Hintergrund, es wurde eine erste Batch ausgeliefert und einige wenige Händler haben das Model P erhalten. Allerdings, mittlerweile wurde es schon wieder zurückgerufen, denn es gab nämlich Überhitzungsprobleme. Das mag vielleicht bei schweren Fahrern eher auftreten als bei leichteren, aber Fakt ist, dass Ninebot offensichtlich einen Rückzieher macht. Nun, die Geschwindigkeit war ja mit 30 kmh angegeben und da kommen wir schon mal zu den Daten und das ist echt interessant. Schaut mal im Internet nach, die widersprechen sich irgendwie alle. Ich habe hier auf einer Seite zu stehen, Topspeed 28 kmh, das ist ungefähr bei allen Angaben gleich, so die gemacht werden. Allerdings das Ninebot One E Plus, ja, das steht hier mit 25 kmh drin. Ist mir eigentlich neu, weil es bisher, glaube ich, 22 kmh fahren sollte. Der Akku, der steht hier mit 340 Wattstunden drin. Wir gucken gleich auf einer anderen Seite. Da stehen plötzlich 360 Wattstunden. Auch interessant, wie sich so ein Akku plötzlich verändern kann. Mal ganz abgesehen von der Leistung. Also die 800 Watt, die erscheinen mir realistisch zu sein als Nennleistung. Nennleistung, die Spitzenleistung von 2400 Watt, das weiß ich nicht, das müsste man nachmessen, schwer zu sagen. Übrigens hier wieder das One E Plus hat hier plötzlich 24 kmh. Also wo man hinguckt, die Werte unterscheiden sich einfach. Das ist echt merkwürdig. 32 km Reichweite, also wer das Ninebot E Plus kennt und vielleicht so 80, 85 km wiegt, der weiß, dass er damit nicht 30 km kommt. Und der wird doch mit dem Model P, übrigens hier P Pro mittlerweile, ja. Die Frage ist, das ist ein P Pro, gibt es noch ein P oder gibt es ja schon zwei verschiedene. Das könnte ja auch erklären, warum wir verschiedene Akkus haben. Jedenfalls 32 km, also wenn ihr vielleicht 50 kg wiegt, könnt ihr es mal versuchen, aber sicherlich nicht bei der Bodengeschwindigkeit von 28 kmh. Übrigens auch zu bedenken, wenn wir den Unterschied sehen, dann haben wir gerade mal 4 kmh mehr vom Model E Plus zum P Pro. Oh, das beantwortet schon die Frage, lohnt sich das überhaupt, wenn ihr einen Ninebot One E Plus habt, das Upgrade auf einen P? Ich würde nämlich sagen, nicht. Ja, und auf einer anderen Seite, das kann ich auch mal sagen, das ist die offizielle Ninebot Seite. Sehr interessant, hier steht bald verfügbar, allerdings in Klammern, genauer Liefertermin noch nicht bekannt. Tja, das heißt also alles und nichts und wenn nicht mal Ninebot das selber weiß, ja, wer soll es dann wissen? Es gibt bei YouTube schon einige Testvideos auf jeden Fall. Ist es schwer zu sagen, ist es jetzt besser oder schlechter? Ich will ja ein paar Fakten zusammentragen. Erstmal, wer ein E Plus hat bis jetzt, ich glaube, für den macht es nicht viel Sinn, auf einen P umzusteigen. Weil, warum? Die Reichweite ist nur unwesentlich höher. Die Geschwindigkeit ist nur unwesentlich höher. Nach wie vor hat Ninebot ganz wichtige Sachen nämlich nicht verändert. Das bedeutet zum Beispiel, die Pedale sind nach wie vor, die sind nicht schlecht, ja, die Pedale, aber nach wie vor nicht wirklich rutschfest. Darum gibt es ja viele, die sich mittlerweile solche Anti-Rutsch-Folien ausschneiden und da drüber kleben. Ja, Licht, leider haben wir immer noch kein Licht vorne und hinten. Die LEDs sind wunderschön, wobei es auch nicht allen gefällt. Allerdings ein Licht vorne und hinten, das wäre ja eigentlich mal eine Maßnahme, die viel sinnvoller wäre. Auch in Bezug auf eine mögliche Zulassung, ja. Wer macht das vor? Firewheel hat das schon lange drin. Und ganz aktuell Kingsong. Schön wäre auch eine Akku-Anzeige, die etwas konkreter ist. Man kann es zwar beim Ninebot E-Plus mit der App auslesen, gar keine Frage. Und auch diese Ringe draußen zeigen das an. Das ist während der Fahrt etwas schwer abzulesen. Und ich will auch nicht immer die App benutzen. Und ja, hier hat das Firewheel damals schon vorgemacht. Und auch vor Firewheel war es Rockwheel mit einer zehnstelligen Segmentanzeige. Und das hat auch unser Kingsong übrigens drin. Und ihr merkt schon, ich erwähne ziemlich oft das Kingsong. Und ich will sagen, ja warum, weil aus meiner Sicht, wer sich vom Ninebot One E-Plus weiterentwickeln möchte, der, finde ich, sollte nicht beim Ninebot bleiben. Der sollte zu einem schnelleren Rad greifen, zu einem Godway zum Beispiel, ja, was wirklich ein Performance-Rad ist. Oder aber eben zum Kingsong, das zurzeit wirklich alles erfüllt. Ja, ihr merkt schon, ich erwähne immer wieder Kingsong. Das hat damit zu tun, dass Kingsong derzeit wirklich irgendwie alle Standards erfüllt. Also wir haben eine sehr, sehr coole App, die sich super schnell verbindet, ohne Probleme. Die ist übersichtlich einfach gestaltet. Das Rad läuft wunderbar rund. Es fährt bis 30 kmh. Und die Akkuanzeige ist trotzdem im Gerät mit zehn Segmenten abzulesen. Wir haben Licht für vorne, Licht für hinten. Wir haben sogar Bluetooth-Lautsprecher, können also während der Fahrt Musik hören. Okay, das ist sicherlich keine Anforderung, aber es ist eben eine ganz schöne Sache. Einzig die Pedale sind auch nicht wirklich rutschfest, ja. Aber eine Alternative zum Ninebot oder eine Weiterentwicklung aus meiner Sicht wäre zum Beispiel das KS14 oder aber das KS16, das bekommt. Auch sehr interessant ist das IPS Zero, das dem Ninebot wohl ziemlich stark nachempfunden wurde. Also wer auf dieser LEDs an der Seite steht und damit leben kann, dass vorne und hinten kein Licht ist, der kann sich das besorgen. Oder aber auch das Godway MCM4, das ja auch im Zulauf ist. Ja, gibt es denn eigentlich wirklich Verbesserungen vom E-Plus zum Ninebot P? Und das finde ich, ja, eigentlich nicht. Es fährt schneller. Und hier muss man auch sagen, bisher war es so, dass man das E-Plus einfach genommen hat und die Geschwindigkeitsgrenze einfach nach oben versetzt hat. Aber die ganze Elektronik, alles blieb gleich. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den nächsten Modellen auch noch so sein wird, aber bisher war es so. Und genau das macht die Sache so gefährlich. Und deswegen hatte man auch die Überhitzungsprobleme, die es ja vorher gar nicht gab. Weil man einfach die Elektronik nicht angepasst hat. Ja, und Vorteile, es ist ja eigentlich das Gleiche. Es fährt nur schneller, hat möglicherweise einen etwas größeren Akku drin. Ansonsten sehe ich hier keine Vorteile. Zum Beispiel das Gehäuse ist aber noch sehr tief. Es ist nicht gerade schön für Offroad. Es ist ein wirkliches Cityrad, ähnlich wie das Firewheel. Es ist ja auch bis unten zugebaut. Das ist nichts für Worldshankkanten oder ähnliches. Oder man muss eben damit rechnen, dass man aufsetzt. Auch dieses, und ich will euch nicht nerven, aber auch dieses ist zum Beispiel beim Kingsong KS14 wesentlich besser gelöst. Hier haben wir einen freistehenden Reifen. Wie das KS16 sein wird von Kingsong, weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nicht live erlebt. Vom Design ist es natürlich schön, wenn der Reifen so verkleidet ist. Und dem folgen ja auch andere Hersteller wie Godway zum Beispiel. Ja, aber wirklich sinnvoll. Offroad ist es natürlich nicht. Und vielleicht ist es wirklich so, dass wenn ihr einen NineMod One E Plus habt, behaltet es. Das ist ein gutes Rad. Und kauft euch vielleicht lieber ein zweites Rad für die Offroad-Eigenschaften. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob es NineMod verkauft. Aber wie gesagt, beim NineMod P, die Vorteile sind für mich marginal. Es ist mehr eine Evolution als eine Revolution. Das kennen wir ja schon von, ja, ich hoffe ich verärgere keinen, kennen wir ja schon vom iPhone zum Beispiel. Da passiert ja auch nicht immer so wirklich viel Neues. Aber es ist eben solide, funktioniert. Kann nichts besonders gut, aber funktioniert halt flüssig. Und man kann damit nichts falsch machen, kostet aber halt auch Geld. Und so ist es beim NineMod E ähnlich. Aber es gibt ja wirklich andere Räder, die in verschiedenen Disziplinen deutlich besser sind. Und das solltet ihr eben immer bedenken. Ja, und ihr dürft nicht vergessen, bei jedem neuen Modell, und das war übrigens auch beim NineMod C damals, ist die erste Serie fast immer, naja, ich will nicht übertreiben, aber immer etwas schrottig. Also wenn so ein Modell komplett neu rauskommt, wirklich, lasst die Finger davon. Ihr werdet es in den meisten Fällen bereuen. Das war bei Firewheel so, das war bei Godway auf jeden Fall so. Ja, wie gesagt, beim NineMod war es so, das hat sich damals, als das erste NineMod rauskam, hat sich das wirklich stark verzögert, weil dort ganz viele Probleme irgendwie vorhanden waren. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Das NineMod ist ja wirklich ein gutes Rad, das will ich gar nicht absprechen. Aber Leute, macht euch nicht heiß wegen des Model P's, weil ich glaube, es lohnt sich höchstens als Neuanstieg, gar keine Frage. Wenn das Gerät irgendwann mal da ist und auch stabil läuft, besorgt es euch, wenn ihr auf die NineMod Optik steht und auf die anderen Features verzichten möchtet. Aber ich sage euch, guckt mal links, guckt mal rechts, NineMod hat einfach ein gutes Marketing und das Gerät ist ja auch gut, deswegen sind sie so weit vorn. Es schadet aber, wie gesagt, trotzdem nicht, mal sich mit den anderen Geräten zu beschäftigen und ich würde mich nicht auf dieses Modell versteifen. Es ist sogar eine Rede, dass NineMod möglicherweise diese hohe Geschwindigkeit zurücknimmt. Das wäre auch nicht das erste Mal. Betrachten wir mal Airwheel, die sind schon sehr lange auf dem Markt und die Räder, die fahren maximal 18 kmh, realistischer eher 14 bis 16 kmh. Das ist auch nicht ganz unbekannt von Kingsong. Die ersten Räder fuhren 40 kmh und dort hat man auch ein Rückzieher gemacht auf diese 30 kmh und das macht doch Sinn, weil diese 40 kmh einfach extrem gefährlich sind im Fall eines Unfalls. Und beim 18 Zollrad mag das noch vertretbar sein, aber zum Beispiel ein 16 Zoller mit 30 kmh, ja das ist schon sehr grenzwertig. Man sagt ja so ein 14 Zollrad fährt mal bis 25 kmh, ein 16 Zollrad bis 30 maximal und ein 18 Zollrad bis 35 kmh. Und zwar, wir reden jetzt von realistischen Kilometer pro Stunde Angaben, ja das gibt ja, diese Apps zeigen ja immer ein bisschen mehr an. Und damit wären wir auch bei dem Punkt, Ninebot P 28 kmh, ihr kennt es ja von dem alten, das bedeutet wahrscheinlich ab 26 kommt die Warnung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Firewheel, das konnte schon vor über einem Jahr 25 kmh fahren. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, das Ninebot One E Plus hat ja einen Metallrahmen, ist aber deswegen ziemlich schwer. Nämlich mit 13,8 kg im Verhältnis zu einem 320 bis sagen wir vielleicht maximal 360 Wattstunden Akku ist das echt eine ganze Menge. Und wenn man sich überlegt, dass man ein Godway MCM2 mit ja ungefähr 12,8 kg mit 680 Wattstunden bekommt, also das Doppelte. Dann ist natürlich die Frage, muss das denn so schwer sein? Und das sollte man sich halt überlegen, wenn man so ein Rad tragen muss, längere Zeit, ist das auf jeden Fall unangenehm. Ja, Fazit der ganzen Sache, bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte das Ninebot P nicht schlecht machen, aber überlegt euch, ob ihr das wirklich jetzt möchtet als eins der ersten Räder. Und ein Umstieg, ob der überhaupt lohnenswert ist für euch, ich glaube nämlich nicht. Und guckt mal links und rechts, Kingsong wäre so zur Zeit mein Favorit, die haben sich echt richtig gut rausgemacht und die sind auch qualitativ sehr hochwertig verarbeitet. Wenn ihr das Design mögt, dann schlagt da wirklich zu. Ich weiß, die sind ein bisschen hochpreisiger, aber das lohnt sich wirklich. Ich habe auch selber eins, also ich erzähle das nicht nur, ich fahre auch selber das KS14 mittlerweile, neben meinem Godway. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Rad. Abschließend muss man auch sagen, Ninebot ist ja auch in letzter Zeit mit den Software-Updates negativ aufgefallen. Für alle, die es noch nicht wissen, noch nicht mitbekommen haben, nochmal an der Stelle, wenn Ninebot eine neue Software rausbringt, bitte installiert diese nicht. Wartet mindestens zwei Wochen, schaut im Forum nach, zum Beispiel bei eWheels.org, erkundigt euch, läuft die Software stabil, dann könnt ihr sie raufspielen. Weil, was kann passieren, wenn ihr das Ganze überall installiert? Das ganze Rad kann euch schlichtweg kaputt gehen. Die Software kann tatsächlich das Board kaputt machen und nicht nur das, ihr könnt im blödesten Fall einfach wirklich übel stürzen und das wollen wir nicht und das wollt ihr nicht. Und deswegen wartet mit solchen Aktionen das Software-Updates immer ab. Es ist auch unklar, warum Ninebot da so ein bisschen schläft manchmal. Wie gesagt, das Ninebot One E Plus ist kein schlechtes Gerät und wenn wir das Model P bei uns im Shop haben, dann wird es auch funktionieren. Ähnliche Sache ist ja beim MCM4, wir haben viele Anfragen bekommen, aber auch beim Godway MCM4, die erste Charge, das war ein Entwicklerprodukt. Das hätten wir so nicht verkaufen wollen. Wir machen das ja nicht, weil wir keine Lust haben, das zu verkaufen oder euch zu ärgern. Wir wollen einfach Sachen verkaufen, die auch funktionieren und vielleicht habt ihr Glück, besorgt euch irgendwo anders, gar keine Frage. Ihr könnt es bei uns trotzdem reparieren lassen, natürlich dann kostenpflichtig in unserer Einradwerkstatt, aber wir möchten schon Produkte verkaufen, die auch wirklich reif sind und funktionieren und mit denen wir kein Ärger erwarten. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen und vielleicht ist ja der eine oder andere doch jetzt auf die Idee gekommen, vom Model P erstmal so ein bisschen Abstand zu nehmen. Wie gesagt, was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Wir haben keine konkreten Aussagen von Ninebot und wir sind selber gespannt. Wenn es das Gerät gibt und wenn es funktioniert richtig, dann verkaufen wir es auch und dann bieten wir es im Shop an und bis dann müsst ihr abwarten oder wie gesagt, greift zu einem anderen Modell. Ihr könnt bestimmt keinen Fehler machen und alle, die einen Ninebot One E Plus haben, es ist ein gutes Gerät. Ihr könnt damit zufrieden sein. Ihr verpasst, glaube ich, nichts, ob ihr jetzt 4 oder 6 kmh schneller fahrt. Ich glaube, das macht wirklich nichts aus. Ja, Leute, das war es erst mal. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet mir einfach. Ihr könnt mir auch Kommentare unter meinem Video geben, wenn ich irgendwas falsch erzählt habe. Ich bin da immer offen und werde das sofort korrigieren. Aber das war so meine Einschätzung und ich denke, dass ich damit auch nicht so verkehrt liege. Und ich hoffe auch nicht, dass Ninebot jetzt auf mich böse ist in irgendeiner Weise, aber ich würde schon ganz gerne mal die Sache so klarstellen. Gerade um diese Flut an Mails, die zum Ninebot P hoffentlich zukommt, schon im Vorfeld so ein bisschen beantwortet zu haben. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.